Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Walking Dead. Ja, als erstes, ich hab ein bisschen, ja, die Stimmmusik und Sound ein bisschen hochgestellt. Danke Disco.ta, dass du es mir gesagt hast, dass es viel zu leise war. Das hab ich natürlich schon selber bemerkt, aber trotzdem, dankeschön. Scheiße, ähm, ich weiß gar nicht. Dann können wir da weiterspielen, da wo wir grad aufgehört haben. Müssen wir mal kurz gucken. Ich hoffe, es geht alles gut. Ja, können wir. Das ist schon mal gut. Moment, ähm, Einstellungen. Ähm, ich werde mal die Grafik hochstellen, hab ich nicht gesehen, dass die nicht hoch eingestellt ist. Die ist ja, wow, kaum hochgestellt. Okay, anwenden. Jo, super. Ich seh da jetzt nicht wirklich den Unterschied, aber... Hm, okay. Er denkt immer noch an seine Familie, kann ich gut verstehen. Was machen wir denn jetzt hier? Oh, genau. Hey, Glenn. In all counties, Georgia's cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage nine catastrophe. Augusta, stage eight... Ich denke, ich muss kommen. Nein. Zu Atlanta? Ja, ich habe Freunde da. Und ich kann nicht hier sein, dass sie in dieser Stadt entstanden sind. Sieht so, dass niemand weiß, was hier passiert. Wenn wir ein paar Tage vorhin sind, könnte man auch gehen. Ich muss meine Chance nehmen. Finde deine Freunde. Danke, Lee. Das bedeutet viel. Ich meine nicht, dass ich euch alle abhängen, aber das ist ein guter Setup. Und ich bin sicher, dass die Dinge wieder zu normal sein werden, hier in kein Zeitpunkt. Wir hoffen. Ihr seid sicher. Wir versuchen. Und Lee, du weißt, wenn das nicht besser wird, werden die Leute aufhören. Wenn die Mädchen von nach unten gehen. Wirst du sie einfach lassen? Du hast Carly gesagt, dass ihr die Schraube geben könnt. Ja, ich habe. Vielleicht bist du richtig. Ich weiß nicht, wie man etwas wie das handeln kann. Anyway. Bis dann. Mit seinen geilen Pizzawagen. So. Was macht denn Kenny da? Hey, Kid. Eine nahe Anrufe. Danke, dass du mich anrufst. Kein Problem. Wir müssen uns um uns zu beschäftigen. Ja. Wir machen es. Hey. Was ist Clementine? Ja? Vorher habe ich gesagt, dass es ein paar Sachen gibt, das könnte eine preisige kleine Mädchen wie sie. Du hast es. Nun, ich denke immer, dass das wahr ist. Aber nachdem, was ich heute gesehen habe, denke ich, zwischen dir, der sie und der sie, der sie selbst, dann werden wir zwei einfach gut sein. Danke, Kenny. Du hast es. Oh, dann müssen wir zu ihr. Ist aber er verliebt. Ich möchte dich auch. Ha. Du hast es besser. Anyway. Ich würde lieber allein sein, denke ich. Ich verstehe. Warte. Lee? Was ist es? Wie hast du dich entschieden? Wir beide brauchten dich. Du hast mich entschieden. Ich hoffe, er ist richtig. Ach ja, er sagt jetzt gar nichts, wenn ich nichts. Ach so. Okay. Ich wünsche mir, dass wir beide es geschafft haben, du weißt? Ich auch, Kenny. Boah, Duck redet da Clementine hinten voll. Ich hoffe, dass das ein Super Dinosaurau zägellt. Aber du wißt du was? Er hat nicht. Oh. Und dann? Hey Duck, uh, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Oh. Oh, es tut mir leid. I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Hmm. Let me go deal with this. Oh, man. Clementine. Oh, duck em. What do you want? You like my daughter? Oh, yeah. Yeah, she's great. Well, stay the fuck away from her. Hmm, or what? Or, uh, everyone will know that you and Lee Everett are a killer. And you were before it was something you had to do to stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. So ein Wichser. Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor in's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars and keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, there's a right. You know guys, I think it's going to be okay. Toll. Fortsetzung folgt. Nächstes Mal bei The Walking Dead. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Connie. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's going to be a war. The walkers don't worry me as much as their beds. Look back for this! We're never going to take him to the line! We're still in the other! Choo! We're never going to take him to the end! We're going to take him to the end! We're not going to fight against him! What is happening? Oh no! No more! Please! No more! Please! Ah! Ah! Oh oh oh! Hunger an Hilfe! So, was ist denn das? Du und 54% der Spieler haben die Wahrheit gesagt. Wen würdest du retten, Duck oder Sean? 52% haben nur Duck genommen. Wieso haben die den Sean genommen? Hätte ich nicht gemacht. So, dann haben wir Kenny verteidigt mit 54% der anderen. Ja, okay. Du und 47% der Spieler. Die Waffe gegeben. Ich weiß nicht, ob das auch richtig war. Duck oder Kali? Du und 49%. Ja, ich finde auf jeden Fall, Kali war viel wichtiger als die anderen. Das war jetzt nur ein kleiner Part. Es tut mir leid. Morgen gibt es dann die zweite Episode. Und wir sehen uns dann. Liken und abonnieren. Ihr wisst ja, wie ihr es macht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.